Hallo, ich bin Martina und in diesem Video kannst du üben, was du über die Adverbien gelernt hast. Es gibt bereits ein Lehrvideo zu diesem Thema, das du dir unbedingt nochmal ansehen solltest, damit du alle Übungen lösen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß! Hier kommt auch schon die erste Frage. Was sind Adverbien? Ja genau, es sind Umstandswörter. Und welche Umstände beschreiben die Adverbien? Richtig, sie beschreiben den Ort bzw. die Richtung, die Zeit, die Art und Weise und die Kausalität, das heißt den Grund, der Sache, auf die sie sich beziehen. Wenn du jetzt mal wieder an Grammatik denkst, fällt dir bestimmt auch ein, welche Wortarten und sogar noch mehr als nur einzelne Wörter Adverbien beschreiben. Welche sind das? Es sind Verben, Nomen, Adjektive und ganze Szenen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus, auf www.sofatutor.com und dann auf www.sofatutor.com